Die Raiffeisenbank Eichfeld hat ihre Hauptanstalt im Knittelfeld erweitert. Drei Geschäftsbereiche wurden zusammengeführt und zwar im neuen Kompetenzzentrum. Nicht nur Firmen und Privatkunden, sondern auch wenn es ums Bauen oder Wohnen geht, ist man dort gut beraten. Regional, dynamisch, mutig. Das sind Begriffe, mit welchen sich die Raiffeisenbank Eichfeld beschreibt. Die Bankstelle in Knittelfeld wurde nun um rund 600 Quadratmeter Beratungsräumlichkeiten erweitert. Ein Kompetenzzentrum wurde installiert. In den letzten Jahren haben sich natürlich die Kundenanforderungen doch deutlich verändert. Wir sehen, dass die Kunden von uns erwarten, dass wir speziellere Dienstleistungen erbringen. Und deswegen haben wir da in Knittelfeld ein Kompetenzzentrum geschaffen. Das Kompetenzzentrum bündelt drei Bereiche. Die Firmenkundenberatung, wo ohne langwierigen Austausch mit der Zentrale vor Ort zeitnah agiert werden kann. Private Banking Murtal für vermögende Privatkunden. Und der Bereich Wohnbauberatung, wo es um die Finanzierung von Bauen, Wohnen und Sanieren geht. Man fungiert quasi als Nahversorger vor Ort. Wir haben Gott sei Dank durch unsere Fusionen eine Größenordnung erreicht, in der wir ausreichend Kunden haben. Wir haben 30.000 Kunden, die wir in unserer Raiffeisenbank betreuen. Und ich glaube auch, dass wir eine Region sind, die mehr kann, als man ihr zutraut. Und wir wollen als Raiffeisenbank das natürlich unterstützen und haben damit auch den Schritt gewagt und hier investiert. Die Umbauarbeiten wurden ausschließlich mit Kundinnen und Kunden der Bank und einheimischen Firmen getätigt. Werke von Schülerinnen der Ortweinschule zieren die Büros und im Zuge des Umbaus wurde auch die Parkplatzsituation wesentlich verbessert. Mit dem Kompetenzzentrum sichert man Arbeitsplätze, fördert die Wertschöpfung vor Ort und bleibt weiterhin für die Kundinnen und Kunden greifbar.